Nach Tod der Queen Er ist der beliebteste Royal. London, jahrelang war die verstorbene Queen Elisabeth, 96, die beliebteste unter den Royals. Kurz vor ihrem ersten Todestag wurde eine neue Umfrage durchgeführt, und das Ergebnis überrascht. Weder König Charles, 74, noch die sonst so beliebte Prinzessin Kate, 41, schafften es bei dem Ranking des Meinungsforschungsinstituts, Jogov, sich das Krönchen zu schnappen. Stattdessen wurde Prinz William, 41, mit 74 Prozent der Stimmen zum beliebtesten Mitglied der königlichen Familie gekrönt. Den zweiten Platz konnte sich Prinzessin Anne, 73, sichern. Erst dann reihen sich Williams Frau sowie sein Papa ein. Weit abgeschlagen sind, wen wundert es, Prinz Harry, 38, Herzogin Meghan, 42, und der durch den Epstein-Skandal in Ungnade gefallene Prinz Andrew, 63. Stattdessen wurde Prinz die